Hallihallo und herzlich willkommen liebe Zuschauer wieder zu einer Runde Ranking in Rocket League mit Vincent. Ich habe einfach mal die Aufnahme laufen lassen und ich denke es sind ein paar lustige Runden rausgekommen. Deswegen wünsche ich euch viel Spaß mit dieser Folge. Tala Noob bei... Meins. Ich habe nur geguckt, dass ich eventuell den Gegner wegflocke. Hat nicht funktioniert, muss man mal so sagen. Nein, hat nicht funktioniert, das habe ich gesehen. Ernsthaft, er rammt mich dreimal bis er mich endlich zerstört und du kommst in der Zeit nicht auf dem Boot um wegzufahren. Das ist so behindert. Okay. Sehr schön vorgelegt. Ben, ich weiß gar nicht was du hast. Das war ein 1a Spielzug. Und schön gehittet nebenbei. Schön langsam vor allem. Typical Ben. Was funktioniert an der Stelle. Oh nö. Richtig so geil, damit das einfach bloß drüber rollt. Wer sind das komplett wegf companion gegangen sind... Åh Gott. Und RINNNN, langeouterORDINN zu verändern. Das wär bitter gewesen. Sorry, falls ihr den Safe geklaut habt. Der war safe, der will ich doch gar nicht. Die rammen hier, wo immer sie können. Jetzt hab ich keinen Boost, ey. Bin im Mittelfeld. Sehr schön. Naja, weil... Ich hab den anderen irgendwo rechts hinballern sehen, keine Ahnung. Der hat, glaub ich, den Boost geholt in dem Moment. So einen typischen Bloody hat der gemacht. Im Mittelfeld? Oh, ja, okay, mach den. Der gegen den machte fast selber rein. Ich bin bloß zum Boost gefahren. Eiskalt, fast selber reingedreht. Ja, war ich nicht schnell genug da. Okay, vielleicht nicht auch genommen. Nimm dir den, oder ich rufe schon. Nee, gucke ich gerade nicht ran, der ist genau um meinen Rücken gespielt. Den aber. Okay. Er hat bei mir den Ball hart gehittet. Ja, bei mir auch. Interessanterweise. Also, Ball wurde bei mir hart gehittet und bei dir auch, aber du hast aber gesagt nein. Ich bin nicht da. Ne. Meins. Ne, dann echt nach rechts nochmal. In den hinten Boost holen. Ich dachte, der würde schneller drücken. Oh, lol. Das hat man nicht so gedacht. Ja. 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 Das hat man immer gequetscht glaube ich. Das war doch nie und immer geplant. Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass es funktioniert. Jetzt wird der Akita aber aggressiv. Aggressiv. Ach komm. Ich kann ja noch Millimeter bekorrigieren. Ja. 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 der Nation, ey. Oh my god. Und auch nur, weil er den Spin drauf hatte. Oh my god. Elf Kilometer pro Stunde. Das war nicht mal einen Meter pro Sekunde. Win by four of eight. Ja, gib mir mal das Curry. Ich will auch Curry. Oh, ich könnte morgen Curry machen, aber... Ach, komm. Ach, komm. Auto, fang dich wieder. Uh, schöner Schuss. Auf jeden Fall. War so ein bisschen mad durch die Zerstörung. Ohne aufzukommen, ohne zu berühren. Oh, oh, oh. Einfach mitten ins Tor. Warum? Weil er es kann. Indeed. Das war die falsche Richtung, oder Ben? Ähm, ich wusste nicht, dass du angeflogen kommst. Ich wusste nicht, dass du komplett angeflogen. Muss ich ehrlich sagen. Ach komm. Ich lasse mich da nicht weg. Ach. Wieso? Scheiß langsam ist etwas Krüppelding. Äh. Jetzt aber mal. Ja. 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 Perfekt. Will man High Five geben. Per Schlag auf Hinterkopf. Aber nein, er fährt weg. Ja. Ich kann doch nicht ahnen, dass du mir so eine Vorlage gibst. Oh Gott. Den krieg ich nicht. Den hab ich hart verkackt, denn. Bisschen. Jeremy, please. Da. Und dann ist er halt wieder blöd in der Wand so komisch weggebounced, was man macht und man nicht macht. Es ist so schrecklich. Mal klebt er quasi an der Wand und mal fliegt er einfach kilometerweit weg. Oh nein, wir sind alle noch geflogen. Alle drei, die noch da waren. Nein, ich hab nicht getroffen. Sorry. Das ist doch mein Verkacken. Schön Tor. Puh. Ja, okay. Ich raff's nicht. Was passiert denn da? Er ist dann vorbeigesegelt. Aber an so nem Ball, der hat sich nicht mehr bewegt, der scheiß Ball. ist quasi auf der Stelle liegen geblieben. Warum fällt mir dann so nem Ding vorbei? Okay. Warum gibt man so nen Pass? Weil ich... Wenn, weil man manchmal scheiße ist. Ganz einfach. Ja. Das tut weh. Könnt ihr das nicht einfach überspringen? Nö. Ich kann dir sagen, warum ich dem einen Pass gegeben habe. Der hat mein Lieblingstier als Profilbild. Ist das ein Grund? Der rote Panda? Ja. Ja. Ich krieg's nur nicht gebacken. Ich hab sogar doppelt getroffen. Wollte ich nicht mal. Ähm. Okay. 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 Nicht gleichzeitig tun. Nicht alles gleichzeitig tun. Easy. Ich hatte gehofft, du fährst an und hab nichts gesagt, um dich nicht irgendwie zu achten. Oder so. Der war grad keiner in der Nähe. Die waren beide in nem anderen Winkel. Und deshalb im falschen Winkel. Deswegen hab ich mir gedacht, passt das schon. Ja. Ich hab gefehlt. Jo. Ich auch. Ich hab's noch versucht, dich zu retten, aber ne. Ich hab ihn dann nicht mehr richtig abgeschätzt. Und nur ein klein bisschen weitergeholfen dadurch. Können wir das noch bitte noch gewinnen? Am besten sein muss. Nippen. Ich mach's selber. Ist alles okay. Ich mach's selber. Wir haben auch beide irgendwie nicht, also der zweite hat nicht reagiert. Null. Der steht einfach nur da. I am user. Nein! Nein! Der Schwung war in die falsche Richtung aufgebaut. Ich hab's gesehen. Das war fies. Das war schon. Du grenzt ja schon in Mobbing. Ich würd' trotzdem mal gern noch gewinnen. was ist ja? Fuuuck. Ah! 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 I saved it! Ah! 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 Oh Gott. Mehr kann ich gerade nicht tun. Oh fuck. Ich bin gelähmt vor Angst. Nee. Das krieg ich nicht hin. Nein. Ich wollte Rückwärtsholtung machen und er macht den fucking Doppelsprung. Ach. Ich wollte nur Rückwärtsholtung machen und er macht den fucking Doppelsprung. Ach maan. Das hätten wir so easy gewinnen können, wenn wir nicht so scheiße gewesen wären. Die Gegner kennen wir. Jetzt müssen wir nochmal gewinnen. Meins. Kurze Zwischenfrage. Warum müssen wir nicht ins Tor gefahren? Wo die den Ball unter Kontrolle gekriegt haben. Ich bin ein Doppel-Torschuss bei mir dabei. Okay. Verstehe ich nicht. Ach maan. Wie gesagt. Abschätzen von der Wand. Ich kann das nicht. Mir fällt er nicht vor, die Motorhaube. Sehr schön. Ich habe ihn nicht ausgeprägt, ich kicke einfach weg. Es ist legit. Es ist legit. Es ist so geil, du hast im Gerät. Bam. Kommt schon, hätte ich doch nicht so weit von der Wand gelöst. Wir spielen ja nicht aufs Tor. Magst du? Jetzt? So? Dankeschön. Oh Gott. Sehr schön. Nehme ich mal. War das jetzt dein Gehirn-Lack oder was? War das für eine Ansage, nehm ich mal. Das war so, nehm ich. Das war so ein halber Gehirn-Lack, ja. Schön. Direkt im Nächster. Haben wir jetzt unseren Rhythmus, ja? Ben. Cut the fucker. Meinst du, ich habe es gejinxt? Ich glaube, der mag dich, wenn ich bin. What? Ich habe so den Gegner-Shirt nicht an. Warum? Nein, der wollte dich rammen von hinten erst. Hä? Ich habe noch gar keinen... Ich habe nicht mehr Boost. Wieso hat er mich nicht... Noll? Aber der wusste, er kriegt dich an der Wand eh nicht mehr. Jo, okay. Ich glaube, wir geben gleich auf. Wir fehlen diese Runde halt nicht. Wir haben diese Runde halt nicht gefailt. Bei uns kommt es nicht darauf an, wie gut wir fliegen, sondern wie oft wir failen, wie hoch wir kommen. Er weiß dann halt so eine Runde, ey.